mein Kompass liegt äh liegt in liegt bei noch einmal mehr viel? ne die haben auf mich geschossen gelaugt habe ein bisschen was getrunken von dem Rucksack wo ich dort der Leiche in Beresino da lagen zwei Leichen gegenüber dem Geist mitten auf dem Feld weil ich erstmal den Rucksack geschnappt habe das war ein legendarer neues First Aid Kit ich wusste gar nicht dass man Dosen im First Aid Kit machen kann jetzt bin ich am See ja da war eine Dose drin äh ja 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 aber wieso habe ich dich nicht gesehen bist du rechts rum oder links rum? ja das ist eine andere See hier ich laufe die Bettflucht wo läuft der drin? ah ich sehe dass er fehlt echt? wo bist du? an dem See hier gleich gleich oh oh Mosen Schüsse wenn wir alle gleichzeitig reinrennen könnte es eigentlich klappen ja ich habe mich jetzt nicht verlaufen Eusten meinst du? einfach reinrennen und ja alles versuchen das stimmt wir müssen uns erstmal finden oh ich habe Schüsse oben Mosen Schüsse ich glaube das nicht mehr ich habe eine Sitzung ach mal ganz kurz ich muss mal Entführung bitte der Mosen Schüsse wo kämpft hier einer bei mir in der Nähe ja ja scheiße bin ich denn und kann ihn ausmachen was kannst du ausmachen? vielleicht bin ich den Typen und kann ihn ausmachen ah Viktor ich finde den nicht ne das kannst du auch nicht ich habe mich selber verloren hilfbar Hartmann ich habe mich selten in welchem wie sieht denn das da aus da war rechts da sind so ein Schilf ist rund rum oder? Felden ich habe mich aufgenommen ich habe mich die ganze Zeit Mosen Schüsse gehen lassen das ist das denn von wo aus bist du denn da gerannt? ja Berendino schräg hoch jetzt habe ich nochmal feldet hier ja ich versuche das Erden zu finden ich denke mal immer am feldesten halten ja auch mal den Bach auf den du meintest dann findest du mich einfach ja aber das ist dem anderen Weg weh ja glaub ich glaub ich ich habe jetzt eigentlich ähm hm 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 die Sonne zu meiner Linken ja mir scheint ja ich auch oh Jungs alter wo ist der denn? aber ich sehe den Punktraum ja hier äh Florian ne? wüsst'n du jetzt? ich bin gerade von dem C losgewandt M4 Schüsse dem Fluss dem Flusshof? ne rechts vorbei also ich bin links hinten links also hinter dem Airfield von wo wir gerade gekommen sind gegen eine andere Seite bin ich ja so weit hinten naja gegenüber vom Airfield halt also da wenn die Flugzeuge so starten würden am Ende oder genau gegenüber ne gegenüber also auf der anderen Längsseite nur bei der Tannenbaum Reihe na ich bin jetzt an diesem kleinen Häuschen oder fast schon am Anfang der ist der Erfield ich kann mal ein bisschen zu euch dann mehr zu sprechen der ist irgendwo ein Snap an meiner Nähe der ist der schießt aufs Erfield oder auf mich der ist jetzt bestimmt ganz oben weil der hat bestimmt auch auf mich geschossen weil der mich nach unten an der Straße äh getroffen hat also ne ne es wäre eigentlich schon ne ich höre das einschlagen ich höre den Schussrechner ich höre den Schussrechner na ich seh jetzt hm ich bin an dem Silo wo wir mal waren braunen weißt du was ich mein ich ne ich ne mein Weg doch da wo ich mal hochgeklettert bin und dachte von Daumsklammen gut schneiden naja ok oh jetzt bei mir in der Nähe ich glaube ich auch dabei gelaufen warte mal das muss die vier in der Nähe sein was das bei dir in der Nähe ja ich kann da nachladen guck ja das ist doch der See da hinten ne ja das ist doch der See da hinten ne ja die Schatte soll so sein meins ich hab's ausgezogen ja war im Röckstress ne was machen wir jetzt? wohin laufen wir? zu ihm oder? ja wir kommen zu ihm durch ja dann schon die Mosin in der Hand ja 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 da da bei den ersten Gefängnis sind ne ne ich bin dahinter also ich bin in der Bauerei wo wir gekommen sind ne ne andere Seite andere Seite wo wir gekommen sind ja dann sind wir dann bist du bei uns ja dann bist du bei uns ich bin in der Tannenbaumreihe irgendwo ja wir kommen jetzt von Svetloy aus hinter mir ist ne Straße jetzt von vom Osten kommen wir ja dann schauen wir auf den Süden ich bin im Süden ich bin im Süden ist da Wasser? nein bei mir ist ne Straße ja da sind wir auch im Süden ne im Süden vom Airfield ja wir laufen die Straße das ist natürlich nicht gut ist der Tannen bei euch irgendwo? Richtung Elfvater ja ja ne da bin ich in den Tannen ungekriptter Baum oder so? ich grad nicht Sonnenblumen verweilte Sonnenblumen auf dem Feld ja ok verdammt viele hier auf dem Feld ja ich seh euch hier in der Tanne seht ihr mich? ne ne geradeaus von euch von dem All hier im Weißbettel ach da vorne ja irgendwo ist der Sniper irgendwo hier der wird wahrscheinlich an einem ungekürtten Baum sitzen das seh ich jetzt der Baum ist hier da ist niemand hm das ganze das abdrücken gehört das schießen kommt von hier irgendwo nehmt die Fäuste auf falls ihr den Süden ausmachen könnt ich hab gehört unter dem unter dem Wagen dahinten am Hortizon oh haben sie gehört? mhm nein aber nicht auf uns und die ist geplant ja kann klar ich such den nicht mit dem Typen finden nein ja muss doch hier irgendwas sein aber ja der links von uns irgendwo schießt er ich glaubste ja jetzt da am Brunnen ich glaubste ja jetzt da am Brunnen ich denke da links ist ja diese feste und seht ihr ja ne? da oben ist die Mauer ja dann gehen wir mal hoch ok ja das ist aber viel bisschen näher an der Straße ja wisst du was ich meine da bei den ja wo unsere Mauern sind ja bei der Lagerhalle da kann man da mal hin? ja ich bin selber auch nicht doch bla 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 wo seid ihr denn? hm ich weiß nicht aber wieso ich hab ich hätte aber nicht auf uns geschossen wenn er nachher ist er richtig schlecht ich würde die Einschüsse ja nicht gehört haben ja ja der würde schon ein Trifter schießen wenn er uns leben würde ja es wäre ein bisschen besser da hinzurennen an die Leichenlinke ich glaube als neue Ferien da können wir auch mit den Zigarren machen ja wir können es ja von der Hauptweite eingehen ja wir können es ja von der Hauptweite eingehen ja hier sehe ich keinen ja lasst du den Leichen laufen wa? ja nicht dass der uns blickt wo bist du? ich glaube in der Hütte rein also in der Hütte rein dass der uns gleich in den Rücken schießt wa? dass der uns gleich in den Rücken schießt wa? ja in die Lagerhalle gehen kann wir rennen hoch kommst du? ja wir sollten Helm mitnehmen in den Roten komm 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 denn der Baumrall könnte auch einer den Helm im Baumrall könnte ein bisschen liegen der Baumrall könnte ein bisschen liegen bei 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 da wach diese ним regauer vor dem Europe an von also ै nur mit dem Weg hier er wird dann an das wird die falsche Woche da woanders im Durchgang er wird nicht stehen jetzt an der wirklichen Sniper in den Raum rein da hinten war schon einer drin Gefängnis das sind aber in den hangern da oben mit dem power vor dem ding liegt ein toter vor dem gefängnis ja das war mich am besten einfach ja jetzt ist es einfach nur absprache ein bisschen zu gucken ja wo bist du Victor? 500 Meter hinter mir wir sind da rechts rein gegangen ich bin hinter der Mauer ja wir sind auch in der Mauer drinnen hinter der Hütte oder? hat ne Machete ich sehe es ich kann euch sagen dann nimm die doch die Machete äh ausmachen geht schneller jetzt genommen du brauchst 80 Schläge für ein Zombie bevor der Patch kommt mit der Machete aber ich nicht wüsste mich wie du jetzt brauchst mhm rennen wir rein oder? ja wir sind ja in dem Ding jetzt auf der Hütte oh du stirbst doch eh gleich ja aber die Tomate muss noch sein ey lass mal jetzt einfach los dann was? ne erst mal wissen wer da ist ja lass mal erst da hin rennen also in diesen kleinen Gang da wo vorhin alle standen ja ok ja vielleicht ist hier jemand drin das wäre auch doof das wäre auch doof ich bin mal hier ja das sind natürlich Fläche drin mhm hallo hallo hey hey ja 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 vornher seid ihr die von vornher? ja warte mal er will uns jetzt abschießen und wir haben gar keine Waffen bitte Ob ihr die von vorher wart? Die, die hier drin waren. Also vorher waren hier zwei drin, die haben hier abgeknallt und dann kamen wieder zwei, die haben uns abgeknallt und jetzt seid ihr hier drin. Habt ihr das hier in der Ferne gestorben? Ja. Ja. Das ist das Thema Wopper abnehmen, ne? Ich denke, ich hab eher zwei. Ne, ne, wir sind gestorben. Ja, das ist der, der uns gefilter hat, Mann. Ja. Ja, wir waren nicht, wir haben nicht aufgepasst. Wir haben ihn aufpassen. Ja, wollt ihr uns die Waffen zurückgeben? Oder wenigstens einige? Mach nicht auf, die stehen davor. Da schießt ein Sniper. Ja, geht also. Ihr solltet aufpassen. Nein, nein, das sind wir nicht. Es ist irgendwo ein Sniper, deswegen kommen wir hier nicht raus. Ja, aber dann lass uns rein und wir holen ihm die Waffen. Nein, ihr kriegt keine Waffen von uns. Ey, der Sniper macht euch platt. Wie bitte? Der Sniper wird euch töten, wenn wir ihm nicht helfen. Alter. Wir hatten noch grad unseren Fight, da können wir doch zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten. Wir hatten noch unseren Spaß. Also gut, ich komm jetzt rein, ich hol die Waffe, ja. Du stirbst. Wir haben alle zu dritt rein, um die rum die ganze Dasse, ich leuchte jetzt schon. Mach die Tür jetzt auf. Einfach so. Vorsicht, er kann durch die Tür schießen. Okay, ihr könnt rauskommen, ist sicher. Nein, geh nicht rein. Geh nicht rein. Das war vielleicht schon nicht in der Waffe. Der zielt, wie blöd vorne. Ich weiß, ich seh das, ich renne ja vorher die ganze Zeit. Ja, das. Das. Ihr seid, hier ist Kanzlei, da wisst ihr jetzt die Tür nicht. Er kommt raus, vorsicht. Nein. Lass die auch nicht. Vorsicht, vorsicht. Nein. Bist du tot? Na, weiter. Ey, den müsst ihr jetzt wiederbeleben. Scheiße. Ja, der kann doch nicht die Tür schießen. Wir liegen drei Skals, Mann. Nein. Ich hab die aufgemacht. Was machen wir jetzt? Ähm, geh mal gucken, ob... Ja, ist ein Kawa was? Nein. Ja, jetzt müssen wir beobachten, wann sie sich ausloggen. Ah, die gehen in den Glitz hoch. Aber das selber nicht klar. Bis die sich ausloggen, kommen andere, die bei uns abknallen. Ne, die... Wir wollen sich ausloggen. Ja, das schaffen wir nicht. Doch, aber nicht so lange. Komm, wir rennen einfach rein und dann... Komm, jetzt rennen wir rein. Hm, nein. Doch, ich nehm die Schaufel hier. Jetzt fiel doch ab vier. Lade, klappt nach. Oh, wenn wir beide reinrennen, dann könnte es klappen vielleicht. Nein, Mann, das klappt, da hast du keine Chance. Nein, nein, du legst die Schaufel weg. Legst die Schaufel weg. Ja, hab ich ihm auch gesagt, dass das keine gute Idee ist. Leg du deine Waffe weg. Legst die Schaufel weg. Außerdem kann ich mir jetzt schon mein eigenes Grab schulfen. Ja. Mach ich dir rein. Mach zwei. Ne, ich weck dir. So, hier liegt ein New Birk. Ist der da noch? Was machen die? Ey, hier liegt so ein Bambi gerade auf dem Schaf. Legst du, was machen die? Der kommt runter. Der zieht auf die Tür. Er wartet trotzdem. Ja, die glitschen ja auch. Die gucken auch, dass die Wände an. Dann kommen wir. Wir verstecken uns und warten bis, bis hier ein bisschen geschossen wurde. Wenn es eine bessere Möglichkeit gibt. Ich bin wieder auf dem Wildfahrer. Okay. Wir müssen ja nicht gleich sterben. Also ich bin... Ich hab's das mal hinter mir. Ich hab's das mal hinter mir. Hehehe. Ich verstehe, ich hab's da nicht rein kommen. Keine Zeit für dich? Ja, ich... Wollte ja rein kommen, aber... Als... ...ir Schi... Ja... ...wir sind nicht die Umgebung, die sich ehrlich verhält. Hm. Als Bambi ist mir das egal, wenn ich sterbe. Ja, das ist einfach. Doch, ach. Ich bin jetzt unter Berenzino, Mann. Ich glaub ich bin vom Vilo hier. wir kommen rennen rein und wenn wir sterben, dann looten wir wieder. Warum willst du hier nicht looten? Gibt's doch nichts mehr. Jetzt bin ich in der Ecke. Sollen wir vielleicht auf den leeren Server hier looten gehen oder was soll ich sagen? Hey, wir legen alles weg und die knallt uns nicht ab. Gibt's doch gar nichts. Legt man alles weg. Ja, warte, warte, Flo, ich verhandle. Ich will doch noch looten hier. Ja, eben, knall ihn nicht ab. Lass mal gut, dann, der hat nicht mal eine Waffe. Wir machen nicht. Sag mal, dass du nicht schiebst. Dass wir die Waffen nehmen. Die sollen Waffen da weg sind, wenn die Klamotten nehmen. Die Kupfen abkommen können. Ey, wir wollen das. Ja, wir wollen die Sachen holen. Die hauen mal an. Oh, das ist ein Testcode. Keiner. Ich glaube, um den rum. Er hätte da sein, dass ich nur Anziehsachen haben wollte. Ist das so? Ja, das bin ich. Bist du auch noch rein? Machst du? Ich hab's ja. Ich bin die ganze Zeit um den Kumpel. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ja, das war's. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Let's go. Weiiin.